Ach, ist das schön. So, da sind wir wieder und haben es immer noch nicht geschafft, dieses Kack-Alien abzuhängen. Ja, also Rennen ist hier nicht. Das geht doch deutlich in die Hose, muss ich sagen. Dann kommt das Viech nämlich sofort raus. Ist wirklich eine Scheiß-Idee. So. Ob wir es diesmal schaffen werden? Ich bin gespannt. So, also wenn wir gleich da drin sind, dürfen wir nicht auf das Terminal zugreifen, wenn der Android in der Nähe ist. Denn sonst wird er uns eins in die Schnauze hauen. Das haben wir jetzt ja gerade leidlich feststellen dürfen. So, super cool. Das hat geklappt. Plasmaschneider haben wir auch. Ja, mit so ein bisschen Übung klappt das ja doch ziemlich gut, muss ich sagen. Jetzt will ich doch nochmal eben dieses Gedöns hier mitnehmen. So, da ist noch ein Sensor drin gewesen. Oh ja, also das ja, das vorhin mit der Szene, dass man das nicht abbrechen kann, das war echt so ein bisschen fies, fand ich. Ich fummelt da schön an ihrem neuen Plasmaschneider rum, freut sich ein Keks und wird derweil gefressen. So, mach auf die Tür. So, ich will jetzt mal eben gucken, nicht dass ich da jetzt... Ja, jetzt ist er noch sehr, sehr freundlich gelaunt, sobald wir auf das Terminal zugreifen und er das sieht. Sobald er das sieht, kriegen wir eins auf die Schnauze von ihm. Ja, was machen wir denn gleich? Ich will mal eben gucken. Wir gehen dann gleich hier rein. Mache ich das zuerst? Ja, ich mache das zuerst, würde ich sagen. Hier mal eben hingehen. Bevor wir jetzt die Energie wiederherstellen, möchte ich denn doch erstmal hier hin. Was gibt es denn hier Schönes? Datenfehler? Siegson-Finanzierung. Mit Bedauern teilt ihn Siegson mit, dass Gemini Exoplanet Solutions keine weitere Finanzierung erhalten wird. Siegson trägt keine Verantwortung für die laufenden Verträge von Gemini Personal. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Stilllegung der Anlage und was dies für Sie bedeutet. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle persönlich für die mit uns verbrachte Zeit danken. Wartungssysteme? Okay, das... Ah, gucke mal. Einige von Ihnen haben nach einer Unterhaltung mit dem Manager Fragen hinsichtlich der Stromwiederherstellung. Sollte Strom im Vertriebsbereich benötigt werden, mit etwas wie etwa in Notfällen, können Sie auf die Wartungssysteme mit diesem Code zugreifen. 8897, Hinweis, dies erfordert weiterhin Absprachen mit Ihrem Vorgesetzten und darf nicht unautorisiert durchgeführt werden. So, 8897, direkt mal aufgeschrieben. Da ist nichts mehr. Serviceanfrage. Warte mal, Serviceanfrage. Bitte wählen Sie einen Dienst. Bereinigung von Gefahrengut, Wartungsprüfung, Geräte, Reparatur. Wartungscheckauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Kommt der jetzt? Das ist ja nett. Hallo. Das ist ja cool, dann macht er das jetzt. Geil. So, wo könnte ich mich denn gleich mal verstecken? Ich könnte hier die Leiter hoch oder in den Schrank. Anlagenverbindung aktiviert. Strom zu lokalen Leitungsschaltern wiederhergestellt. Wo finde ich die Leistungsschalter-Rates? Da ist einer in der Dekontaminierungsraum. Analyse-Labor. Dekontaminierungsraum. Guck mal, hier müssen wir auch gar nicht weiter offenbar. Wenn ich das hoch richtig sehe. Genau, das ist das Terminal, an dem ich vorhin war. Das ist das andere. Und jetzt müssen wir zurück hier lang und da rein. Okay. Bestätigen Sie den Leistungsschalter des Analyselabors. Nee, Quatsch. Betätigen, nicht bestätigen. Kommt es jetzt oder kommt es nicht? Das Kackviech. Müsste doch eigentlich, oder? Ich meine, vorn ist es rausgekommen, als ich das Ding wieder aktiviert habe. Naja, gut. Dann gehen wir halt raus. Bis hierhin hat ja alles ziemlich gut geklappt. Ah, jetzt können wir hier wieder durch. Das ist natürlich geil. Das ging vorher ja nicht. Oh, 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 oh. Das ist ja gemein. Oh, cool. Da gibt es Sachen. Ah, so. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, anscheinend müssen wir tatsächlich hier durch den Wartungsschacht dorthin. Sollen wir ganz recht sein. Alter, wenn das jetzt hier reinkommt, ne? Ich dreh durch. Hau bloß ab, ey. Geh weg. Du hast Mundgeruch. Scheiße. Da steht die direkt vorn, ne? Die ist Kackviech. Jetzt hau doch endlich ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Boah, alter Falter, ey. Oh. Oh. Oh, ich muss ja dahin. Ich komme hier gar nicht weiter hin. Wo ich jetzt hinkomme, ist da. Na gut, dann gehen wir erst mal hier hin, wo wir denn schon hier sind. Ah, so, genau hier lang. So, das ist direkt ausgeschaltet. Komm, sieh zu, sieh zu. Alter. So, ähm, wo muss ich denn jetzt hin, eigentlich? Hier geht's weiter, okay. Den können wir nicht mehr mitnehmen. Oh, Mann, ey. Geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Wahrscheinlich, ne? Wo soll's denn auch sonst sein? Ja, offenbar ist es hier. Ach, der ist es. Scheiße, ich muss hier mal eben mich verstecken. Ich muss mal eben auf die Karte gucken. So, die Analyse-Labore, das ist dann da. Boah, jetzt müssen wir durch das ganze Geraffel wieder durch. Alter Scheiße, ey. Ich bin gerade echt versucht, mal eben zurückzulaufen, um speichern zu können. Wobei, warte mal, hier ist doch ein Lüftungsschacht. Vielleicht können wir ja da irgendwie lang. Können wir nicht durch, schade. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was war das denn? Was macht denn hier so einen Sound? So. Der Speicherpunkt, der Speicherpunkt, der war hier vorne, ne? Ja, den Plan habe ich ehrlich gesagt nicht, aber... Naja. Ganz überzeugt davon bin ich natürlich auch noch nicht. Geil. So, wir haben speichern können. Das ist so, so geil. Wirklich. Kommt mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Ach, war ist das doch völlig normal. Alles, alles richtig. So, Flammenwerfer. Ich will ihn gerade mal nachladen. Oh, jetzt macht er wieder diese scheiß Geräusche. Oh, das darfst du echt nicht machen, ne? Merke, niemals auf, äh, auf Nachladen klicken. Das ist immer eine scheiß Idee. So, jetzt weiß ich nicht, soll ich vielleicht durch den Lüftungsschacht besser wieder gehen? Ah, ich versuche es jetzt einfach mal hier lang und dann ist gut. Ich habe ja jetzt zum Glück speichern können. Boah, Alter, ey. Das hat jetzt aber auch ein bisschen gedauert, muss ich zugeben, dass... ...das, ähm, zu machen. Oder bis hierher zu kommen. Boah, dieses Geräusch, ne? Ganz ehrlich, das... Das geht mir tierisch auf den Zeiger. Ich wüsste auch gerne mal, warum das ist. Oder woher das kommt. Was das soll. Ah, so, da sind wir. Oh, da geht es irgendwo hin. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Speicherpunkt wieder. Geil. Den direkt genutzt. Dann können wir uns wenigstens den Weg hierher mal schenken, das ist super. Das finde ich großartig. So, ich will mal kurz gucken. Da ist nichts. Ich dachte gerade, dass hier vielleicht wieder so ein Sicherheitsalarm gedöhnt ist. Aber zum Glück nicht. Strom wieder herstellen. Ich wüsste ja gerne mal, also ich wüsste zu gerne, was das mit diesem Geräusch hier auf sich hat mit dem Flammenwerfer. Ähm, ja. Okay. Ohne Energie geht auch das Ding nicht. So, was sollen wir jetzt machen? Den Strom einschalten? Das geht hier offenbar. Nun gut. Machen wir auch das erst noch. Wo geht es denn eigentlich hier hin? Müssen wir hier vielleicht sogar hin? Wahrscheinlich. Ach ja. Ein langer dunkler Gang. Und es gibt wieder Zeug. So, Tür verschlossen. Können wir hier noch was machen? Eben gucken. Gucken, 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 gucken. Nö. Denn eben nicht. Wollte gerade sagen. Ich sehe ja gar nichts. Oh, oh. Oh, oh. Ah, Mist. Jetzt habe ich dafür keinen Zugangscode. So ein Shit. Ah, kacke. Das ist ja gerade nochmal zugegangen. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Oh, oh. So, muss man immer ein bisschen gucken, dass man hier... Äh, guck mal. Immer mal gucken, ne? Sag ich hier gerade noch. Das Ding, das kann ja direkt auf mich runterfallen quasi. Wenn ich da in dem Terminal rum lese. Egal. So, Datenfehler. Abwarten. S. Wir müssen die Ware auf andere Weise nach Sebastopol bringen. Waits hat die Handelsfracht unter Beobachtung und überprüft die Ambulanz-Shuttle. Sag sie ihrem Kontakt draußen, er soll abwarten. Ich kenne einen Typen namens Sinclair, der uns helfen könnte. Ich sehe nämlich nach der Zeit, als die Marshals sich noch um echte Verbrechen kümmern mussten, anstatt den Geschäftsleuten das Leben schwer zu machen. Ah, kacke! Äh, boah, alter Falter. Ich dachte gerade, das war's. Boah, fuck, alter. So, Gemini-Schließung. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehenden Schließungen von Gemini unberuhigt, beunruhigt. Ich wurde von Siegsen damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sebastopol selbst hundertprozentig sicher ist. Verhandlungen mit gewerblichen Kaufinteressen sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstung im Besitz von Siegsen in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Wir verfügen über eine Inventarliste. Die Marshals werden über jeden fehlenden Gegenstand informiert. 2743. So, ich muss mich direkt verstecken, bevor ich anfange, hier rumzuschreiben. So, der auch mal direkt notiert. Na, gibt es hier sonst noch was Schickes? Audiofehler. Sonst gibt es hier nichts. Reicht ja auch. Verbesserung für Ionenschneider. Da drin gibt es nämlich noch so ein... Da gibt es bestimmt wieder cooles Zeug. Außerdem gibt es noch so ein Ding, was wir... Ja, ähm, was wir knacken müssen. 2743. Wie jetzt? Äh, und das war's? So viel Zeug und wir können nichts machen? Ich werde bekloppt, ey. Alter. So, ich will dich ausschalten. Ach, so. Boah, das soll uns nicht normal passieren mit dem Kamera-Feed hier. Das ist aber echt fies teilweise. Da rennst du echt so rein, weißt du. Da kannst du auch dann nichts mehr machen. Ich weiß, alles Ausreden, alles Ausreden. Natürlich alles Ausreden, aber... Ich sehe es halt so. So, gibt es hier noch was? Okay. Oh, da hat hier jemand lecker Essen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da hin möchte, wo das... Ach, guck mal doch. Da will ich hin. Da gibt es nämlich eine Ausweiskarte. Und die will ich ganz sicher haben. So, Molotow-Cocktail baue ich noch mal eben. Denn... Dann können wir auch das ganze andere Graffle wieder mitnehmen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mich dieses Geräusch massiv nervt. Das ist wirklich sowas von lästig. Das kann man sich kaum vorstellen. Was sollen wir denn eigentlich machen? Ich bin schon wieder... Das bringt mir so aus dem Tritt, dieses blöde Geräusch. Auf jeden Fall sollen wir hier irgendwas machen. So, Streber entfernen. Zack. Rauf mit dir, du Tür. So, hier will ich runter, offenbar. Auf jeden Fall will ich das, denn... Ah, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Das ist ja cool. Ja, kannst du mal sehen. Hier mit meiner Orientierung ist auch nicht mehr weit her. Nicht, dass sie das jemals gewesen wäre, aber... Nun ja. Ah, da gibt es noch Zeug. Will ich... Ah, geil. Flammenwerferzeug. Äh, Gedöns. Wie heißt es denn hier? Flammenwerfer. Kerosin. Gas. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das Zeug halt, was man dafür braucht. So, wie soll noch immer noch? Wie soll noch immer noch? Warte mal, hier, da steht es doch. Die Schalter wiederherstellen, genau. Äh, diese Schalter betätigen. Aber wir haben doch noch gar nicht den Strom wiederhergestellt, oder haben wir das jetzt? Ne, haben wir eben nicht. So, da oben haben wir sicherlich noch nicht alles gemacht. Deshalb gehe ich da nochmal hoch. Das tut mir jetzt leid, wenn ich hier so ein bisschen planlos wirke, aber genau das bin ich auch gerade. Ja, guck mal, doch, genau, hier müssen wir hin. Alter, da stand ich da gerade direkt vor, weißt du? Mann, 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 ey. Alter, wenn das keiner gehört hat, weißt du? Blöde Scheiße, ey. Dass es immer so laut sein muss. So, jetzt gehen wir wieder runter und jetzt müssen wir auch diesen Hebel betätigen können. Ich will gerade nochmal gucken, können wir damit irgendwas anfangen noch? Nee, ne? Nee. Zieh dich! Scheiße, das war's mit unserem Flammenwerfer. Ah, kacke ey, das hätte ich mir auch schenken können gerade. Mach's gut! Ah, kacke, das ist ja hier unten. Arrwa! Ah! Ah, ha, 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 ha. Oh, fuck, ey, ja, gut, war ja mal wieder an der Zeit. Mann! Mann, Mann, Mann! Was machst denn du? Also ich. Gnarz. Na toll, das Geräusch ist immer noch da. So ein Dreck. So, den Schrott direkt mit eingepackt. Den Schrott kann man ja bekanntlich immer gebrauchen. Seit Mad Max wissen wir das. Rumpf. Rumpf. So. Doof finde ich übrigens, dass man jetzt nicht direkt wieder speichern kann. Das finde ich etwas schade. Ich würde doch so gerne. Vielleicht direkt mal den. Was will ich denn mal ausrüsten? Den Elektroschocker vielleicht? Wenn ich da rumschieße, das nützt alles nichts. Dann kommt das Alien wieder raus. Das kann ich direkt mal in die Tonne kloppen, diesen Gedanken. Du wirst echt, dass du keine Hotkeys oder sowas hast. Moment, ich gehe mal gerade hier rein, um abzuwarten, bis sich da was tut. So, da sollen wir jetzt hin. Das war das Terminal, in dem wir gerade waren. Verteilungsleitung initialisieren. So, ich muss den Schlamm hier einfach wieder ausrüsten. Das nützt alles nix. Das Alien ist die weitaus größere Gefahr für uns. So, mein Freund. Ah, guck mal, die sind noch. Der ist noch gar nicht aktiv. Oh, der ist doch aktiv. Du Arsch. Drecksack. Ah, verfluchter Scheißer, ey. Oh, geil, wir können wieder speichern. Ah, sehr, sehr cool. Mach hin, mach hin. Ja, geil. So, da mach ich jetzt erstmal eine kleine Pause an dieser Stelle und, ja, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen mitfiebern können. Ja, das ist alles nicht so ganz leicht, wenn man das so zum ersten Mal spielt. Von daher bitte ich zu entschuldigen, wenn es dann hier und da mal ein bisschen länger gedauert hat. Aber, naja, wie gesagt, alles nur just for fun hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.